Die Bodenseeklinik Prof. Dr. Werner Mang Schönheitschirurgie, Top-Qualität zu vernünftigen Preisen Beratung Praxis München, Maximilianstraße www.bodenseeklinik.de Heute mal ein ganz farbenfrohes Dirndl Warum schaut denn jede Frau in einem Dirndl ein bisschen besser aus? Warum? Warum schaut jede Frau in einem Dirndl ein bisschen besser aus? Weil ein Dirndl die Figur betont So, da ist die Antwort Fühlt ihr euch denn wohl im Dirndl? Ich schon Ich lerne es So fühle ich mich ganz wohl Also du hast nicht immer schon Dirndl getragen, oder? Nein, nein Warum jetzt doch? Bitte? Warum jetzt doch? Weil das besonders schön ist Und weil Viktoria immer wundervoll aussieht Und übrigens Franzi auch Die sehen alle so toll aus Also dachte ich Zeit für mich Auch mal in den Ring zu steigen Also mit dem Dirndl Da gehört man einfach dazu Die sehen uns Untertitelung des ZDF, 2020